Herzlich Willkommen zurück, sagt auch Trico und der Benni natürlich. Hallo. Ja, dreh doch hier mal ein Ründchen. Ja, in der eventuell letzten Folge von Last of the Year. Ja, mal gucken, letzte, vorletzte, wir werden sehen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall haben wir einen harten Kampf hinter uns, letzte Folge, der schon so, naja, das Ende ankündigt, könnte man sagen. Es war auf jeden Fall der krasseste Kampf im ganzen Spiel bisher. Ja, mit Abstand. Ja. Das waren mal einfach locker 20, vielleicht sogar 30. Ja, so 20 Rüstungen. So, was haben wir jetzt? Ah, hier kannst du jetzt mal die Spiegel. Spiegel einsetzen, ach, einsetzen auch noch. Guck mal so, zack. Ah, da leuchtet das ganze Ding. Krass. Finally. Sieht dann jetzt wieder raus. Ja, zum Glück. Okay, was ist das überhaupt für ein, das ist so ein stranges Material hier. Und hier sind auch überall diese Zeichen halt, ne? Oder halt so ähnliche, so komische Zeichen. Ja, ja, auf diesen weißen Steinen. Irgendwelche Hieroglyphen. Oh, ja, ein Spiegelaufzug. Aber nimm den Trico mit, oder? Nicht? Der kommt schon. Ach ja. Er wartet so lange. Hä, es geht wieder zurück, okay. Hä? Fehlt noch was. Was kann man machen? Spiegel steht da. Ups. Nee, es ist so. Es war ja gerade ganz aufgeladen, aber fährt nicht hoch, oder? War es das wirklich? Nee. Guck. Ah. Trico war halt noch nicht so richtig drauf. Äh. Okay. Ist überhaupt hier so eine, was für eine komische, oh. Was für eine komische Konstruktion das Allgemein hier ist, ne? So. Ja, okay. Um ganz hoch zu kommen, müsst ihr erst nochmal den Aufzug nehmen. Mit dem Trico zusammen. Der eigentlich ja Flügel hat. Das Ding, ne? Ah. Nee, das kannst du natürlich vergessen. Kannst du da in die Löcher? Ja, theoretisch. Aber was will ich da? Dann falle ich ja wieder runter. Vielleicht ist da ja was. Glaube ich aber nicht. Also es sah zumindest nicht so aus. Aber guck mal, der hängt seinen Schwanz schon so da rein. Kletter mal runter. Ja, das könnte sein. Jetzt nicht mehr. Na komm, dann lassen wir uns halt mal ab. Da ist irgendwas. Nee, ich komm da. Es geht gar nicht. Er macht immer nur hier so. Kannst du runterklettern? Meinst du? BTF? Ja. Das hat wirklich funktioniert. Geil. Das muss man so machen. Das ist echt so geil. Eine Rüstung und einen Helm? Ja, aufsetzen. Ach nee, aber ein Helm für zwei Rüstungen. Nee, da ist noch mehr. Für mehr. Und eine Rüstung, die komplett ist. Schau mal. Ja, probier mal. Okay, stimmt ja. Hatte ich ganz vergessen. Ja, jetzt mach die anderen auch noch an. Oh Gott. Was denn sagt er? Da kann man den Spiegel wieder einsetzen. Shit. Oh, da ist so eine von den Türen. Jetzt passiert es wirklich mal. Oh ja, krass. Fast wäre es passiert. Ach, du hast wieder einen Helm? Krass. Ja, aber das ist... Oh, jetzt mal langsam. Viel zu langsam, ja. Oh, kannst du den jetzt nähen? Was passiert, wenn ich hier den Spiegel einsetze? Shit. Ja, macht auf jeden Fall was. Ja, aber dauert auch viel zu lang. Du kannst ja mal eine Runde laufen und den ein bisschen abhängen. Ja, ja. Werd ich auch auf jeden Fall. Noch einer? Noch einer? Ähm. Sehr gut. Also wenn der Schwanz gerade runterhängt, kannst du den Spiegel auch benutzen, theoretisch, ne? Ja, ja. Ah, okay, dann... Ah, das muss sich dann auch aufladen. Ich guck nochmal, ob der Schwanz runterhängt. Ja. Guck mal, du kannst sie sogar hier abhängen. Perfekt. Hö, sie sind schon zwei. Da kommt der Schwanz. Ja, ja. Boah. Alle drei. Ja, es sind doch noch zwei auferstanden. Aber ich frag mich, was das überhaupt bringt. Also... Ja, du musst sie nicht wiederbeleben, ne? Ich muss sie ja nicht wiederbeleben, oder? Also doch. Ach, dahinter ist der... Ach. Ach so. Und du musst jeden davon einmal aktivieren. Ja, genau. Ja, okay. Dann wecke ich jetzt so viele wie möglich noch. Hier, number one. Okay, lass los, lass los, lass los. Und schnell den nächsten grabben. Ach, fuck, nee, okay. Hier, da kannst du noch eine machen vielleicht. Boah, wie viele das sind, ey. Oh, Mann. Ja, ja. Moment. Äh, läuft sie entgegen? Aber es geht. Ja. Oh, direkt an so einer Tür wieder. Oh, shit. Vorbei. Ach, es ist zu weit. Shit. Komm, komm, komm. Nice, okay. Ja, ja. Jetzt sind es auch nur noch zwei oder drei Rüstungen. Ja, genau. Jetzt sind es wieder drei. Jetzt gehe ich wieder raus. Dann lohnt es sich auch richtig. Schau mal, wie sie warten. Und dann setzt die Schlange sich in Bewegung. Ah, zwei hat er erwischt. Nee, nicht so richtig. Nur einen richtig. Ja, nur einen richtig. Der Beschwanz, der bewegt sich auch erst, wenn du wirklich was anvisiert hast, ne? Oder? Nee, ich glaube nicht. Das ist nicht. Boah, wie mies. So, jetzt gehen wir einmal hier eine Runde. Sind das alle Rüstungen gewesen? Das hatten wir schon. Ja, das waren alle. Ach, ja. Ja, siehst du ja dann, wenn es so leuchtet, ne? Ich dachte, man sieht immer eine Katze inzwischen durch. Nee. Das bleibt jetzt so leuchtend. Ja, das leuchtet auch schon, oder? Nee. Ich weiß nicht, welche aktiviert sind. Ja, die jetzt. Ach doch. Guck mal, die leuchten jetzt so. Ja, genau. Ah, das ist aber ein ganz schöner Sicherheitsmechanismus hier. Ja, ich sag ja. Und das als so ab... Also, ich meine, das ist ja so eine Abflugsform eigentlich, oder? Plattform. Meinst du, das ist auch das Kontrollzentrum von dem ganzen Ding hier, oder? Glaube ich. Ja, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein bisschen strange. Nice. Okay, wir fliegen davon. Ja. Aber was hat das für einen Sinn? Wir wurden ja eigentlich mit einer Bestimmung hierher geholt. Und jetzt stellen wir hier alles auf den Kopf und flüchten. Ja. Machen es voll kaputt. Für was auch immer das da war. Ach, guck mal. Es war wieder einfach nur Kamera. Fail. Gerade. Oh. Das war wieder ganz schön gefährlich. Da kommt er wieder. Hallo? Ja, wenn die Kamera komisch steht, ne? Ja, es ist schwierig. Es ändert sich auch immer die Richtung, in die man steuern muss. Ja, genau. Man muss da halt echt mitdenken, die ganze Zeit. Weil es wirklich sehr genau sein muss. So, ab nach oben. Vor allem, das schafft er jetzt nicht, dieses kleine Stück nach oben zu springen. Nee. Wir müssen jetzt ihn mit dem Aufzug fallen, weil er so faul geworden ist. Auf den letzten Metern. Obwohl, naja, ist schon ganz schön hoch. Ja, doch, stimmt. Ist schon hoch. Ja, jetzt hier in so eine Kuppel. Ach, du meine Güte. Das sind doch hier alles Tore von den... Ach, du Scheiße. Oh nein. Kampf. Just, benutze den Spiegel. Benutze die Kraft. Oh nein. Autsch. Er ist, er ist tot. Fühlt den Rhythmus. Fühlt die Musik. Dieser Bob fährt uns zu sie. Cool running. Ach, Scheiße. Ich wollte dir den Kopf abbauen. Nee, da. Ja. Ich glaube, es ist effektiver. Ja. Als den Spiegel einzusetzen. Ja, es geht viel schneller. Ja, ich habe... Oh. Da liegt wieder einer. Ja, ja. Ups. Nein, zu lange dauern. Ja, der wollte erst den Schwanz packen. Und wenn der so rumrennt, trifft der Trike. Ja, ich weiß auch nicht, dass der Gras macht. Na also. Erledigt. Da ist eine Tür. Oh, den musst du umräumen. Shit. Echt wieder auf. Ja, ja. Boah, Alter. Alter, der... Alter. Alter. Tja. Nein. Wie krass. Das war viel krasser als sonst. Hat er dich mal erwischt. Hat er mich erwischt. Vor allem ganz am Ende bin ich noch rausgekommen. Hast du gesehen? Ja, aber da war es... Da war es dann zu spät. Da war es dann schon hinter der Tür. Ja, da war es dann schon hinter der Tür. Aber noch so ein harter Kampf. Ja. Wow. Danke, Trike. Danke. Bring mal so eine Rüstung von hinten an. Du siehst ja, das bringt nur bei dem was. Und auch da nicht richtig. Von Boden. Sehr gut. Diesmal ging es schnell. Äh? Boah. Du Mies. Das ist der Miese. Guck mal, wie mies der ist. Guck mal. Alter. Der ist so mies. Der ist so ultra mies. Der kriegt den Kopf ab. Ja, ich probier's. Jawoll. Den kriegt man echt kaum unter Kontrolle, wenn der einen einmal hat. Ich komme, ich komme, ich komme. Mein Kopf, mein Kopf. Ach, guck mal, da oben ist irgendwas auch. Ach so, ist so. Nochmal. Genauso viele Türen sind da oben. Shit. Das kannst du vergessen. Bum, musst du abballern, aber. Oh, wieder einer mit dem Schild. Ach shit, ja, einer mit dem Schild. Zwei. Ah, Mist. Alter. Alter. Das Bild wird auch so weiß. Dann sind schon andere irgendwie. Die Rüstung von denen sieht auch anders aus. Ein bisschen. Jawoll. Das krieg ich. Nein, nein, nicht den Schwanz. Oh, der krasse. Der lebt noch. Nicht mehr lang. Der daneben liegt eigentlich auch. Ja, irgendwie schon. Ach, du kannst die Rüstung dann ganz zerspüren, okay. Wenn du nochmal dran ziehst. Shit. Nee, ich glaube, guck mal, die zerspringt einfach mal. Ach, das war automatisch. Ja. Auch kaputt. So. Jetzt oben ballern. Ach, nee, hier ist immer noch einer. Komm, der setzt sich doch hin. Nee. Doch, ja. Das dauert zu lange. Ja. Der andere steht still. Ah, der andere steht still, ja. Du musst auf jeden Fall eine Zeit lang halt auf einer Position bleiben. Aber dann egal wo halt. Nice, aber nicht ganz. Ja, Streifschuss. Hier unten wieder was. Doch, hier war wieder einer. Shit, da ist er sich selbst im Weg. Junge. Nein. Ach komm, ey, dann stellt er sich anders hin. Wird's ja auch nicht. Wallah, jetzt hier hin. Ja, endlich. Da. Wie krass man die Popperze von ihm sieht, wenn er das macht. Einfach. Okay. Und sie sieht so gemütlich aus. Raus mit den Speeren. Guck mal, zwei Stück direkt nebeneinander hatten wir auch noch nicht, oder? So nah? Mhm. Nice. Okay. Ach, da sind noch mehr. Das war ja klar. Ganz gut, man muss nur in der Nähe sein, dann kommt schon der Tooltip. Weiß man, dass noch einer da ist. Ja, aber trotzdem finde ich die Tooltips ein bisschen störend. So, jetzt guck dich doch mal um. Guck mal, er guckt nach oben. Ja, das kann man auch anders machen als mit so einem krassen Tooltip. Ja, ist oben der Ausgang, oder was? Nee. Ach, da ist ein Schildzeichen, oder? Soll ich da hinballern? Ja, was sonst? Wir drankommen werden wir wohl nicht. Weil der Aufzug fährt noch weiter nach oben. Ja, mach mal. Baller mal dran. Oh! Ach! Du musst nur anleuchten. Ja, dann reicht. Ach ja, da kommst du drauf, oder? Von seinem Kopf. Oh, krass. Da muss er aber schnell sein. Ach, ist der wieder hochgefahren? Ja, der ist gerade wieder hochgefahren. Na, guck mal. Ja, ist weg. Krass. Auf dem Kopf. Ach shit, ich komme nicht schränkt. Du musst auf den Kopf schon machen. Ja, ja. Muss man echt. Sonst hast du keine Chance. Ah, oder hierhin halt. Ja, aber kommst du... Das ist doch nur in der Mitte, das Ding. Ja. Muss wahrscheinlich echt auf den Kopf. Ja, jetzt schaffst du... Ach, jetzt ist er ganz runtergefahren. Oh man. Hä? War zu kurz eben. Nein, nicht hoch! Nein! Nee, jetzt bleibt er auch. Nee, wo? Was? Hä? No! Ryko! Ja, Mann! Ryko macht den Aufzug kaputt. Oh, der Schwanz! Der Schwanz! Oh, wir sehen gar nichts. Wir werden jetzt ins All geschossen. Wie weit fahren wir denn noch nach oben? Ja, wir werden ins All geschossen, nach dem Mond. Einfach. Und dann liegen wir beide da einfach nur. Ohne Sauerstoff. Ja, genau. Ey, was geht denn ab? Boah, hier sind sauviele tote Rüstungen. Das ist das Zentrum, oder was? Was geht denn ab? Ah, nee, das sind Fässer. Das sind alles Fässer. Ja, aber ein Taktesfass lag da hinten irgendwo, ja. Kannst du dir mal geben. Boah. Und dann kommen so die Flügel. Das ist jetzt das letzte Fass. Ja. Jetzt explodieren die Flügel. Ja, das ist für dich. No. Sei nicht so ungedeudig mit unserem Drifo. Aber das ist wirklich einfach nur doof, weil er gerade die Animationen an der Stelle nicht machen kann, oder so. Komm. Hey, was macht er denn? Der will das da nicht. Oder er will es mir wieder aus der Hand fressen. Komm. Guck mal, weil er guckt auch schon so, wenn ich es nehme. Kriegt er manchmal so... Ja, oder gehen wir mit ihm weiter nach. Hier, die gierigen Fressaugen. Da hat er so. Da unten in der Ritze kann er es irgendwie nicht nehmen. Ah, der frisst mir jetzt aus der Hand. So wie ich es letztes Mal auch. Musstest werfen, oder? Na komm, dann werf ich es jetzt. Ah, man muss nur warten, bis er eine schöne Position hat. Da ist noch eins. Ne, ach, was hat er denn jetzt... Hat er wieder gekackt, oder was? Ne, was war denn da? Der Schwanz hat innen geleuchtet. Da ist so ein leuchtendes Ding in dem Schwanz noch versteckt. Ja, benutzt mal den Spiegel in dem Raum hier, genau. Einfach mal auf ihn klettern. Ja. Also das ist jetzt so das Ziel. Das Spiel ist jetzt einfach... Es ist fertig. Im Prinzip gerade. Aber man... Hat keine Cutscene oder so. Das ist einfach das Ende. Ja, wir sind jetzt für immer hier drin gefangen. Ja, genau. Und man muss einfach... Das ist ein Kerker. Ja, und man muss es einfach checken und die Playstation ausmachen. Ja. Dann hat man es durchgespielt. Das wäre mal so dreist. Ja, Trico. Ach so, er guckt ja so da hoch, ne? Dann soll er mal da hoch springen. Ja. Why not? Mach mal einen Sprung für viel. Ja, genau. Aha. Geht also doch noch weiter. Ja, hier auf diesen komischen Ball aus Ton oder... Ja, genau. Wir müssen bestimmt in den Ball rein, oder? Ach du Scheiße. Was ist denn da? Da ist ein Ventilator. Warum sieht das alles so neumodisch aus da oben? Das ist Hightech. Jetzt ohne Scheiß. Das sieht total strange aus. Mit den Gittern und so, ja. Vor allem, was geht jetzt mit dem Trico? Will der jetzt da durchspringen und zerschnetzelt sich übel? Ja, wir müssen den doch bestimmt dann ausschalten. Oder so. Oh, der ist schon schnell. Ja, ja, der kommt da nicht durch. Glaube ich auch nicht. Der kommst du nicht durch. Ohne mich selbst derbe zu schützen. Aber vielleicht kannst du gleich absteigen. Warte mal noch. Einen macht er noch. What the hell? Ja. Ja. Ist ein bisschen krass. Da merkt er, das geht nicht. Oh. Es hat gerade eine Tür geklingelt. Sorry. Oh Gott. Was macht man denn hier? Ah, ich sehe. Hey, Erich. Was sagst du? Ich hab's gesehen. Hier. Ja? Ach. Guck mal, da ist irgendwas. Ein Miniloch. Miniloch. No way. Okay, Master. Der Master des Teils war. Ah, also wir töten ihn jetzt. Oh. Oh. Ah, das ist eklig. Oh. Was hat dich erwischt? Keine Ahnung. Da ist einfach der Schleim von ihm. Ja. Oder das sind auch die ganzen Türen, die sind hier außen rum einfach. Okay. Ich schüpp jetzt rein. Allein ab. Nee. Aber wie? Der Triko ist doch gar nicht hier drin. Ja, der hat trotzdem ja Licht aus dem Spiegel. Ja, okay. Oh, guck mal. Volles Rohr rein. In dein Gesicht. Geht zurück, oder? Mit kleiner. Ja. Mach's gut. Ich sehe, kannst du es so machen, dass man was sieht? In dein mieses Gesicht rein. Guck mal, das formt richtig was. Das war's für dich, Meister des Teils. Der Endboss. Okay, aber jetzt passiert gerade nichts mehr, oder? Keine Ahnung. Alter. Ah, er beschießt dich. Ach, krass. Und er geht sofort wieder auf. Und wird größer. Oder nicht? Irgendwas müssen wir dann also machen. Das geht mit diesem Käfig, keine Ahnung. Sieht cool aus, auf jeden Fall. Ja. Du kannst ja jetzt nur drauf zugehen, oder? Ich komm durch den Käfig, oder? Ja. Ja. Ja, dann mach ich das doch. Aber das muss richtig schnell sein, ne? Muss schön getimed sein. Jetzt kannst du es machen. Jetzt fängt er an, dich zu beschießen, nämlich. Oh shit. Ah, das war nix. Ach, geht das schnell. Das ist echt schnell, ja. Muss nochmal die Dinger noch wegdrücken. Ja, aber die Schüsse sind nicht so schlimm. Wenn er nur so ein paar trifft. Hauptsache, ich muss hier voll durchrennen. Mhm. Oh shit. Da hat er mich voll erwischt. Das darf nicht passieren. Dann hör schon kurz vorher auf, oder? Echt? Aber ich glaube, dann geht er einfach nur auseinander ganz schnell. Wieder, denke ich. Herr Schäpler ist auch in drei Minuten vorbei. Ja. Bisschen blöd jetzt. Der Auserwählte. Jetzt rein, los. Obwohl, nee, warte noch, bis es wirklich in der Mitte ankommt. Jetzt. Denn. Stamm. Hey. Ja. Ja. Komm, 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 komm. Guck mal, jetzt geht es auch viel langsamer wieder zu. Äh, zu, also. Ne, jetzt kommt es nicht direkt wieder. Ja, ich weiß aber auch nicht warum. Kletter da weiter hoch, ne? Echt? Ja, ja, ja. An den Dingern? Ja. Ja, erst auf die. Erst auf die. Oh, es kommt schon wieder. Ja, ja. Kannst du es nochmal zurückdrängen auch? Ich glaube, so hoch kommt es gar nicht. Doch, oder? Es war. Obwohl, jetzt bist du eh fast oben. Ja. Ich glaube, das war es schon. Wir müssen uns gar nicht töten. Ja. Rechts rum erst, ja. So, jetzt sind wir hier beim Ventilator. Okay. Wie das aussieht, wenn man mittelrandt, ja? Ja, ja, klar. Wird da ein bisschen schlecht. Ich meine, gegengesetzt rennen. Oh, da ist... Ach, siehst du das? Spring mal drauf, da ist ein, äh, so ein Ding für deinen Spiegel am Äußeren. Fährt dauernd vorbei. Ja, echt? Dann halte ich halt drauf im Spiegel. Nee, das musst du einsetzen. Spring da drauf. Auf den Ventilator? Ja. Ach, du Scheiße. Du bewegst dich doch dann mit. Ja, schon klar, aber... Guck, das sieht doch dann gar nicht, also, ne? Ja, ich weiß. Schon klar, dass es relativ ist, aber das bringt mir doch trotzdem. Ich dachte, das ist viel zu schnell und ballert mich einfach nur weg. Ja, ja, okay. Da. Aus. An. Oh, das war zu kurz. Ja, ja, ich dachte, es bleibt raus. Okay. Komm, Triker. Derica. Und wenn du jetzt loslässt, fährt es dann wieder los? Ja. Meinst du? Ja. Ja, lass mal los. Nee, ich warte auf den Trico. Warte. Ja, gut, ruf ihn mal, ja. Ja, es geht sofort wieder los. Du musst echt ihn rufen, oder? Ja, ja. Hab ich ja aber. Ja, es ist gekommen. Ja, musst du... Probier es nochmal. Ich denke, es ist ein Bug, oder? Keine Ahnung. Oder er ist schon oben. Kann ja auch sein. Jetzt hören wir ihn zumindest. Es hört sich an, als wäre er aber auch schon oben. Nee, aber dann wäre er doch jetzt oben an dem Gitter oder so zu sehen. Also, ich habe gerade die Töne von oben gehört. Okay. Ja, gut. Ich glaube, es ist schon passiert. Ja, dann kletter mal dran vorbei. Also, wie kommen wir denn überhaupt hier raus? Es muss ja irgendwie... Nicht hier am Rand. ...auf für uns nach oben gehen. Kommst du auch... Ach ja. Das ist aber jetzt zu schnell gerade. Da musst du es nochmal anhalten. Meinst du... Nee. Ach, nee. Geht. Das ist der krasseste Junge. Scheiß auf Physik. Ja, er ist schon oben, oder? Ja, dann müssen wir aber mal ein Päuschen machen, bevor es jetzt hier ans große Finale geht. Würde ich sagen. Wir sind ja jetzt endlich ganz oben. Genau. Da ist er. Da ist er. Okay. Dann machen wir hier ein Päuschen oder einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann... Ja, ich denke, es ist das Ende, oder? Also... Je nachdem, wie lang das jetzt noch ist, machen wir eine Extra-Folge oder nicht. Genau. Alles klar. Gut. Bis dann. Macht's gut. Höö.